Um die Rückschale des Nokia C6 abzunehmen, muss man den kleinen Stift nach oben drücken und dann an der Schale ziehen. Die SIM-Karte wird so rum einfach hier in das Fach reingeschoben. Den Akku einfach an den Kontakten anlegen und reinstecken. Zum Schluss die Rückschale mit den Stiften zuerst reinstecken und dann festdrücken. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss.